Das magische Wort. Lernt mit Liebe und Sanftmut zu sprechen. Nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Tieren. Blumen, Vögeln, Bäumen zur ganzen Natur. Denn dies entspricht göttlicher Gepflogenheit. Wer inspirierende, belebende Worte zu sprechen weiß, verfügt in seinem Mund über einen Zauberstab. Nie wird er solche Worte vergebens sprechen. Denn in der Natur ist immer eines der vier Elemente Erde, Wasser, Luft oder Feuer da und wartet auf den Augenblick, wo es all das, was der Mensch ausgesprochen hat, in eine Form kleiden kann. Möglicherweise geschieht die Verwirklichung weit entfernt von demjenigen, der den Samen dafür ausgesät hat. Aber ihr müsst wissen, dass sie immer stattfindet. Genau wie der Wind die Samen vorträgt und in der Ferne sät, so fliegen auch unsere guten Worte davon und bringen, ohne dass unsere Augen Zeuge davon werden, wunderbare Ergebnisse hervor. Wenn ihr gelernt habt, eure Gedanken und Gefühle zu beherrschen, euch in einen Zustand von Harmonie, Reinheit und Licht zu versetzen, dann werden eure Worte Schwingungen erzeugen, die segensreich auf die ganze Natur einwirken. Ich bin hier für euch. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.